So, Aufnahme auch gestartet. Sehr schön. Also, irgendwie liegt's am Server vermutlich, obwohl alles an ist und frag mich nicht. Genau, was er sagt. Irgendein Multiplayer-Bug. Oder so. Dann spielen wir trotzdem weiter. Wie ist der Bug? Ja. Bei welchem Level waren wir? Wir waren bei 3. Achso, 3. Das Licht ist immer an. Die Leuchte leuchtet, also 4. Hopp! Weil die Diamant-Leuchte leuchtet. Ähm. Ähm. Äh. Schau mal. Erinnere dich an die Symbole, äh. Könnt ihr erst warten. Wo? Was warten? Waaah. Hm. Ich, äh. Oh, wir laden die Junks nicht richtig. Moment. Von mir geht's. Ganz chillig, Mädels. Ganz chillig. Na, nicht immer gleich drücken. Mal. Jetzt gucken. Dann drücken. Stehen da auch Zahlen? Ja. Was die Symbole jetzt sollen? Wenn wir das... Ja. Wenn du runterfällst... Welche Reihenfolge? Ja, deswegen. Die Reihenfolge ist... Keine Ahnung. Das macht mir jetzt nix. Die Reihenfolge hier so. Ich weiß nicht, dass vielleicht immer ein so ein Symbol auftaucht. Ja, kann sein, aber... Merken wir die ja doch jetzt nicht. Ach doch, ich merk mir die jetzt professionell und so. Ich bin jetzt seriös. Haha. Voll unseriös bist du. So. Also, ich hab sie mir natürlich gemerkt. Ich weiß ja nicht, wie's mit euch ist. Nee. Kann mir doch mal nicht merken. Ich sie mir nicht, aber... Egal. Ja. Irgendwie kommt man schon durch. Ja. Ich mach's einfach mit versuchen. Dann drück mal. Kann ich drücken, Flaschi? Jupp. Na, schon gut. Das war falsch. Autsch. Ich glaub, das wird eher... Wir raten eh. Ja. Wir raten eh die ganze Zeit. Ich weiß, wo das erste ist. Wir raten eh die ganze Zeit. Das da ist das erste. Ich kenn's, aber ich komm irgendwie nicht hin. Gibt's doch nicht. Oh, oh, oh. Dies macht uns jetzt langsam. Aua. Aua. Einmal bin ich durchgekommen. Frage wo. Ich auch. Ich glaub hier. Also ich stand hier. Also hier und dann weiter nach links. Also die linke untere Ecke. Okay. Ja, da wollte ich hin. Autsch. Oder auch nicht. Da stand eine bestimmte Ecke. Ich glaub das da. Nein. Natürlich merkt man, dass ich sie mir professionell gemerkt habe. Ja. Das ist sehr professionell. Ich bin in einem Rutsch durch. Aua. Das da kommt ja ran vor. Natürlich nicht. Oh, jetzt ruhig ich mir noch mal die Symbole an. Gibt's doch nicht. Das da. Na gut. Du weißt schon. Nein. Verdammt. Das da. Ich will das. Ähm. Ne. Sehr schön. Jetzt will ich das da. Mist. Äh. Schick. Okay. Symbol, 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 Symbol. Das da. Na gut. Emma? Ja. Ich muss bei dem Dreieck gucken. Also. Einmal Schwirbelgewurbel. Einmal falsches Plus. Einmal Brennhilfe. Ich seh nichts. Ich weiß nicht welches. Das da. Und das A ist dann richtig. Autsch. Verdammt. Hast du schon mal drückt? Ich glaub das da. Nein. Noch nicht. Falsch gelingt. Jawoll. Ich wollte das mal auf euch warten. Ja immer muss man auf euch warten. Das stimmt. Äh. Äh. Uah. Ich hätt mich mal bewegen sollen. Boah. Achso. Das sind einfach nur Ausgänge. Na gut. Da war die Kiste. Ich warte hier einfach mal hoch. Ah. Auf sie. Au. Was war das denn? Aber hier sind schon wieder zwei Knöpfe. Und da ist kein Schild. Was soll das? Also blau führt uns scheinbar zu. Nein. Schwarz ist ein Jump Boost. Oder was? Nein. Oh. Alter. Hier war sich nicht welches Symbol. Nein. Das war in der Rand. Gut. Fertig. Los. Geht weiter. So. Nochmal. Nein. Ich wollte da hochschwimmen. Na. Was? Boah. Glück gehabt. So. Ach man. Wo bin ich? Land gelandet. Oh. Ja. Was der Panda labert interessiert gerade keinen. Richtig. Wir müssen uns konzentrieren. Achso. Hier oben bin ich. Ähm. Ich habe gedacht, ich sehe vielleicht eine Kiste. Aber keine Ahnung. Oh. Oh shit. Die Kiste ist auf der vierten Ebene. Ähm. Ich bin auf der fünften. Kommt mal jemand oder? Ach du heiliger. Ja. Du kommst nochmal. Okay. Ja. Ich komme auch. Hä? Ich sollte da landen. Okay. Äh. Sorry. Au. Da bin ich aber auch so schnell gefallen gerade. Ja. Ich bin auch. Hä? Das ist so ein Unterschied. Okay. Ja. Du wirst kurz abgebremst. Ja. Aber irgendwo war die Kiste. Die habe ich jetzt auch gesehen. Da wollte ich nicht mal kommen. Ja. Auf der vierten Ebene. Ich habe hier etwas wo ich springen könnte. Äh. So. Bitte drücken sie doch mal. Sehr gut. Okay. So. Hier hätte ich offiziell hinkommen können. Das hat man gesehen. Bei mir zumindest. Da hättest du offiziell nicht hinkommen können. Doch. Nicht auf der Meinung. Aber Jump Boost wieder. Da ist die Kiste aber. Aber da. Ja. Aber da kann man nicht hin. Ich habe sie schon. Wo soll man denn landen? Im letzten. Ach da ist ein Loch. Sollen wir da durch? Nein nein. Ich würde dich sowieso verricken. Oh. Sorry. Beim letzten musst du. Gott ich will das auch gerade nicht. Was ist das Plus? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Der letzte ist bei mir nicht geladen. Fuck. Aber bei mir geht es diesmal. Richtig schön. Jetzt. Jetzt die Etage war bei mir nicht geladen. Nein. Nein. Das ist nichts. Also ich weiß nicht ob ihr meinen Namen durch die Lava seht. Will ich gleich herausfinden. Genau. Ich schwimme da einfach mal. Äh ja. Okay. Jetzt hat sie auch eine ganz klare Fehler. Ja ich sehe dich. Ich bin in einem nicht geladenen Junk. Schön. Muss nicht geladen sein. Du 26. Ja. Oh Mann. Man sieht Flausch hier auf dem Score technisch richtig ab. Ja. Auf jeden Fall. Ich sowieso auch. Und ich relocke mal kurz. Weil ohne Junk ist das blöd. Jojo. Oh, verdammt! Macht aber trotzdem Spaß! Jupp! Aha! Da konntest du mich auch sehen! Ja! Runter, 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 runter! Oh, okay! Da hinten ist ein Ausgang! In jeder Ecke! Jupp, hab ihn schon! Bin schön! Du sagst, mit Shampoos kommt man da wieder hoch! Jupp! Dafür ist das Loch! Ach so! Ja, okay, stimmt! Also sind es echt immer die Diamanten, die wir nicht kriegen werden? Ja! Dann werden wir uns die holen! Ich meine, man hat ja gesehen, dass es ein Bug ist, dass es nicht weht! Ja, ich hatte da einen auch einfach gerade einkassiert, bin hochgeflogen! Machen wir den! Machen wir uns den so immer, wenn gut ist! Beim vorletzten, wo muss man runter? Da, wo der Paragon steht! Ähm, ne, beim vorletzten! Ach so, beim vorletzten! Beim... Ich glaub keine Ahnung, was war das Dreieck? Ich glaub Dreieck! Ja, dieses A-Gedönse! Ja, dieses Dreieck! Nein, es ist ein A! Ach, mir doch Schnitzel! Schnitzel?! Hallo 26! Ach verdammt! Hallo 25! Stirb! Was zu Hallo 53! Sag mal! Müssen sie öfter töten! Die beiden! Ja, einmal nicht! Warum? Ihr führt doch schon mit Punkten! Weil ihr sterben müsst! Ich bin aber nicht mehr Erste! Oh! Oh! Gut so! Das lief vom Anfang viel zu gut für dich! Pff! Ich brech ja eh alle Rekorde! Von daher, äh... Ein bisschen! Ich weiß nicht mal wie lange ich aufnehmen! Ich weiß nur, ich hab fast 60 FPS! Hey! 63, 64! Ich hab das mit dem Sound geregelt! Au! Autsch! Da hab ich erst so schnell gelesen! Autsch! Autsch! Der Name kam so erst später an, dass wir es erst beim fast unten seiner gemerkt haben! Ja, mir gefällt, dass Paragon jetzt FAIL steht! Das passt! Was? Nix! Ich bin hier der Pro, ja? Aber die tauchen erst auf, wenn man näher rangeht! Wenn man wieder weg geht, dann sind sie wieder weg! Ja! Finde ich aber ganz gut das Feature! Minecraft wird eingebunden! Ab hier! Mhm! Hier! Seht ihr mal fleißig Lava! Ja, das wollen die Zuschauer sehen! Genauso wie diesen Raum hier, der voll toll ist! Oh ja! Ähm! Nein, meinen Sie ist doch mal was anderes! Unbeschreiblich! Und wie ich hier rumzucke, weil ich nicht jumpen kann! Ja, das ist immer schlimm! Nein, ich verkapiere es euch! Echt nicht! Aber langsam schlägt mir mein Daumen ein! Wollen wir abhacken? Ja bitte! Mach das mal! Wieso, ich bin doch in der Nähe! Willst du ja extra hierher kommen? Um ihm den Daumen abzuhacken? Blub, 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 blub! Blub, blub, sag ich! Blub, blub! Ja, sag doch! Blub, blub! Vorsicht, die ist brutal! Nicht geklappt! Mach den Sound mal ein bisschen leiser noch! Huch! Der ist auf 100! Scheiße! Okay! Oh gut! Na, mal sehen! Ich kann das ja nicht abmischen! Man macht's ganz laut! Knack, 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 knack! Ja! Man versteht kein Wort mehr! Ja! Richtig! Man hört nur noch knack! Und blub, 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 blub! Go Kixi! Go Kixi! Go Kixi! Go Kixi! Wir warten hier unten! Wir warten hier unten! Warte unter der Lava auf dich! Wir sind die Kellerkinder! Wir wollen, dass du auch eins würdest! Genau! Oh ne! Unter der Lava! Komm unter die Lava! Wo ist der Name? Wo ist der Name? Wo ist der Name? Wo ist der Name? Scheiße! Ich seh der Name so immer bevor ich unten bin! Okay, dann sagt mir halt mal! Wo ist das letzte? Links unten? Rechts oben? Ja, das kann man von unten nicht sagen! Ähm, es ist... Das Symbol? Schräg gegenüber vom A! Also so schräg so rüber so! Diagonal rüber! Diagonal! Mir ist das Wort nicht eingefallen! Jo, genau! Diagonal rüber! Fail mir nicht ins Gesicht, sag mal! Doch! Ich hoffe, ich krieg diese gesamte Partmenge hochgeladen! Schaffst du schon! Ja, niemals! Was? Nein! Diagonal rüber! Probier jedes einmal aus! Durch eins kommst du! Sag ich, dass die Kelle ausschrägt! Und wenn das? Ja! Sicher! Das A ist doch da drüben! Ach nee! Warte! Moment! Das ist genau! Ah, das ist... An S! Äh... Toll! Aber wie soll man das denn beschreiben? Wir sehen das Symbol ja nicht von unten! Das ist ja Mist! Ähm, 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 ähm... Neben dem A! Dieses... Dieses... Quadratkreuzlings... Die da! Quadrat... Kreuz... Ja! Quadratkreuz... Wie soll man das erklären? Das ist halt das Quadrat, wo noch was in der Mitte ist! At, was noch in der Mitte ist! Neben dem A dann! Ist auf jeden Fall eins direkt neben dem! Also nicht diagonal, sondern direkt daneben! Ich glaub, das wird ziemlich lange gehen jetzt! Ah, was? Du schaffst das schon! Ich sag einfach mal, um MB zu sparen! Ich schneide hier! Und sag bis zur nächsten Folge! Wir sehen ja dann, wie viel Flauschi noch versucht hat! Also, tschüss!